Die Monster von Bun-Bun sind eine billige Kopie der Rainbow Friends. Wir sind viel cooler als ihr und voll im Trend. Das nimmst du zurück. Wow, 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 stopp. Entscheiden wir das in einem Rap-Battle. Was? Gebt das her. Ich pack das. Meinetwegen. Los geht's. Ich pack das. Ich pack das. Ich pack das. Bis zum nächsten Mal. 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 Wow, das nenn ich mal böse. Du bist aber auch ziemlich fies. Was zum? Schau mal bei mir vorbei. Dann zeige ich dir meine grausamen Pläne. Klingt spaßig. Oh, diese Drohne ist so schnell. Hä? Ähm, grün, Kumpel, bist du's? Hast dich verändert. Zu viele Burger gegessen, nicht wahr? Was? Was ist denn los? Hast du mich gesucht? Blau, wenn du hier bist, wer ist dann... Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh, oh. бел « is das?». Ja, ja. Ja, ja. Hä? Was war das? Keine Ahnung. Was geht, Leute? Hey, Grün, wie bist du so stark geworden? Ja, verrate dein Geheimnis. Oh, ihr wollt das auch, solche Muckis? Ja! Da müsst ihr nur immer euer Gemüse essen. Hä? Ähm, ich... Komm, Schatz. Ich weiß nicht. Probieren kann man ja. Grünzeug ist gut für euch. Ich bin grün und hab das Zeug. Ich bin grün, Schatz. Ich bin grün. Ich bin grün. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollten nur eure Freunde sein Sag mal, warum freundet ihr euch nicht erst mal an? Hier, versuch es mal damit und damit Gemeinsam wäre es doch so viel spaßiger, denkst du nicht auch? Genau! Stimmt! Yay! Freunde auf ewig! Blau? Hey, Huggy! Erinnerst du dich an mich, alter Freund? Grün, mein Freund, wie geht's dir? Hey! Orange, bist du es? Ich hab dir was mitgebracht, Rot Blau! Oh nein! Ich hab dir was mitgebracht, Rot Huggie! Oh nein! Jetzt muss ich stark sein Jetzt muss ich stark sein! und ich hab mich gesagt! Strength Be Ernest Look each Team Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles ist gut, mein Freund Ich schäme mich so, Mami Ich hab die Kontrolle verloren Alles gut Es ist nur ne Schrammel Kannst du mir vergeben? Aber klar, mein kleiner Orange Yeah! Wie wäre es mit einer Gruppenumarmung? Was zum Oh nein! Sie wollen mich in Blau verwandeln Oh, meine Beine Kommt schon, kommt schon Geschafft! Oh Junge, sieht aus, als würde Blau aufwachen Ich muss von ihr verschwinden Ich muss von ihr verschwinden Oh Junge Was machst du hier? Ich laufe vor. Oh nein, hier kommt Grün. Oh nein, hier kommt Grün. Ich bin ein Geist. Oh nein, hier kommt Grün. Oh nein, hier kommt Grün. Ich bin ein Geist. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Lecker. Bleib still. Böses Fressi. Ich sagte, bleib stehen. Hab ich dich endlich. Das wollen wir mal. Warte, ist das... Oh nein, ich wurde reingelegt. Ja, ich hab's geschafft. Das war ja fast zu einfach. Okay, was mach ich jetzt? Was war das? Wer tritt hier rum? Da vorne. Du bist echt hübsch. Das weiß ich doch, du Scheiße. Oh nein, das ist unfair. Ja, alles geschafft, Ballet. Mein Herz wurde gebrochen. Oh nein. Hey, Blauet, nimm das hier. Was ist das? Oh mein Gott. Seht ihr? Rot hat uns alle verwandelt. Wir sind nur seinetwegen Monster. Ich denke, wir sollten uns entschuldigen. Gratuliere, meine Lieblingsmädels. Achung, was dich angeht. Nimm das, du Versager. Zeit, dass ihr euch eurem Schicksal fügt. Mein neuestes Experiment. Oh nein. Beeil dich. Wir müssen los. Mein stets loyaler Begleiter. Was? Was macht ihr da? Blau, Blau. Er hat's bemerkt. Keine Verlegung oder Geschmack. Er hat's bemerkt. Sag deine letzten... Was? Seit wann sind sie so nervig? Na, na. Du gehst nirgendwo hin. Ach du. Warte. Ich hab da doch noch was. Ich kann euch zu euren alten Körpern verhelfen. Oh mein Gott. Nun, ihr müsst nur den Knopf drücken. Willst du es versuchen? Oh ja. Dann fang es doch. Oh nein. Oh nein. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Nein, 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 nein. Nein. Oh, sie ist kaputt. Unsere letzte Chance, normal zu sein. Dahin. Warte, echt jetzt? Und tschüss. Oh nein. Wir müssen ihnen helfen. Darf ich mir das mal ausleihen? Klar. Okay, Zeit für Dinge. Was macht ihr da? So gut. Auf Wiedersehen. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Es hat funktioniert. Wir sind wieder Menschen. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Nein. Was? Du hast geschasst. Wir müssen ihn helfen. Hey, Blau. Hey. Komm zurück. Ich bin nur ein Monster. Hey, ich bin bei dir. Du musst dich nicht verstecken. Alles gut. Zeit für dich mit den anderen Kindern zu spielen. Siehst du das auch? Hey, Kumpel. Wir sind hier, um mitzuspielen. Bleib los von uns und unseren Kindern fern. Ach, und dein Sohn auch. Na, was soll der Unsinn? Er ist doch nur ein Kind. Äh. Schon, aber es ist dein Kind. Na, was denkt ihr, wer ihr seid? Äh. Äh. Wir sind noch nicht fertig. Äh. Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ah, Würfel. Die will ich. Au. Geht's dir gut, Kumpel? Hä? Hey, warum hast du das gemacht? Ich spiele gerade, also lass mich in Ruhe. Näh. Hey, Kumpel, mach dir keinen Kopf. Wir haben echt coolen Krempel da. Schau mal. Ja, ich hab gewonnen. Äh? Sie picknicken mit ihren Eltern. Oh, okay. Und nun für den kleinen Hunger. Burger und Tüten. Kommt nicht in die Tüte. Das nehm ich. Hey, gib das zurück. Das war lecker. Wir überlegen uns was. Hey, du darfst mit unseren Kindern spielen. Komm schon, Blau. Wartet auf mich. Dieser Raum ist merkwürdig. Total unspielzeugig. Ah, da bist du ja mein neues Experiment. Was jetzt? Ah, genau. Ha, ha, ha. Hä? Zeit für einen Spaziergang. Wir müssen was unternehmen. Nein. Das geschieht ihm recht. Nein. Wir werden ihm helfen. Tschü. Tschü. Hilfe. Ha, 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 ha. Das kann nicht schief gehen. Was hat er da? Zeit für die Rettung. Euer Ernst? Geht spiel. Bitte nicht. Ja, er ist hier. Wo ist mein Sohn? Was zum... Hast du hier Experimente mit meinem Sohn? Aus dem Weg. Ich, ich gehe ja schon. Und wehe, du kommst zurück. Geht es dir gut, Kumpel? Das war voll cool, Leute. Ha, ha, ha. Nun, was baue ich? Oh, da fällt mir was ein. Das wird ein voller Erfolg. Und jetzt bist du bereit für dein Experiment. Zeit an die Arbeit zu gehen. Mein neuestes Experiment ist bereit. Was ist das für ein Ort? Hey! Hey, Liga! Oh mein Gott! Warum seid ihr hier? Wir stehen in deiner Schuld. Noch einer? Hey, wenn das so ist, dann muss ich los. Nein, warte, wir sind keine Monster. Wir wurden von einem verrückten Wissenschaftler verwandelt und sind nun gefangen. Du musst nur den Knopf drücken und wir sind frei. Was? Warte, was ist das? Das sieht aber ganz anders aus. Das ist eine Fälschung. Wir sind nicht böse. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Warte, ich erzähl dir alles. Als ich noch ein Kind war, sah ich eine Magic Box. Sie war mein einziger Freund. Meine Brüder haben mich geärgert und meine Box kaputt gemacht. Das hat mich echt traurig gemacht. Ich hab meinem Dad gesagt, dass sie kaputt ist, aber wir hatten nicht genug Geld für die Reparatur. Ich wusste nicht weiter, als ich über die Anzeige gestolpert bin. Poppy Playtime hat eine Gratis-Magic Box. Wo ist denn nun mein kleiner Racker? Oh nein! Seine Spielzeuge sind da, aber er nicht. Wo ist er nur? Hey, Kinder, habt ihr euren Bruder gesehen? Keine Spuren, hey! Oh, kann er nur sein. Oh, wie es wohl von innen aussieht. Äh, hallo? Oh! Hey, wie geht's dir? Hi, ihr habt also eine Gratis-Magic Box hier drin? Weißt du, wo ich die finde? Aber natürlich, aber wenn du sie erst einmal hast, kannst du mich wieder nach Hause. Warte, ich weiß nicht so recht. Meine Brüder hassen mich. Will ich wirklich dein Zurück? Äh, okay, ich mach's. Großartig! Wenn er nur wüsste. Hehehe, ein weiteres Opfer für die Wissenschaft! Hehehe, was hast du mit mir vor? Aber das wolltest du doch, mein Kleiner! Hehehe, glaub mir, ich sag die Wahrheit! Ach, aber natürlich, glaub ich dir! Oh! Warte, warum ist er so groß? Danke, jetzt bekommst du, was du verdienst. Warte, was meinst du damit? Eine richtige Umarmung! Hehehe, 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 hehehe. Was? Ich bin frei. Hehehe, 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 hehehe! Er hat alles zunichte gemacht!